Hallo alle zusammen, ich gebe ganz kurz mal ein kurzes Status-Update. Also ich bin jetzt in Tarifa angekommen. Die Fahrt war recht unspektakulär. Gestern bin ich noch bis spät in die Nacht zusammen mit Chantal und Lennart gefahren. Die beiden wollten aber in ein Hotel. Da habe ich nichts dagegen. Ich konnte im Auto schlafen und da ich noch ein wenig Kilometer machen wollte, bin ich noch mal zwei, drei Stunden weiter gefahren, habe mich dann an einer netten Tankstelle ins Auto gelegt, gepennt und bin um sieben weiter und bin heute hier um halb drei super angekommen. Der Wagen läuft super, gibt es nichts auszusetzen. Morgen geht es endlich nach Marokko rüber und dann zeige ich euch mal das Auto in aller Ruhe und dann gibt es auch ein wenig mehr zu sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade! Musik Musik Untertitelung. BR 2018